Wiking, das ist deine Chance zu beweisen, dass ein echter Wikinger in dir steckt. So hin, gehören das kleine Mädchen da? Ich bin kein Mädchen. Mauter! Hilfe! Ich suche etwas, etwas sehr Wertvolles. Hier ist nichts mehr. Dann lebt wohl. Der Schatz der Götter. Ich habe herausgefunden, wo der Schatz der Götter liegt. Großmänner. Es ist möglich, wenn er einen Vater entführt. Und daher ist der neue Häuptling Vicky. Ich muss dringend zum Ohrenarzt. Ich habe kein Vicky verstanden. Der weiß doch gar nicht, was er uns befehlen soll. Lass dir Vater wiederholen. Schade, dass er mich jetzt nicht sehen kann. Na ja, kurz. Weiß nicht, was steuert. Richtig und kappt der Angst. Ich habe so zahmisch. Der Sam ist raus. Kurz. Drei, zwei, eins, Feuer. Was hast du vor? Ich rette dir deinen Wikinger-Heldsand. Die fuhren sehen aber anders aus, als die bei uns zu Hause. Stimmt, die sind hübsch. Die Burg des schrecklichen Zwecks. Schatz, der Britte. Ich hab's. Ich weiß, wie wir reinkommen. Genau die gleiche Idee hatte ich auch gerade. Zoll das! Oder ihr habt keinen Kumpfführer mehr. Wieso? Wir haben doch noch Vicky. Schmacken. Wenn der schreckliche Sven den Schatz bekommt, sind wir alle verloren. Ruf zu fern! Hau, dass ich wollte, ich war! Jeder kann mutig sein, wenn das wirklich wichtig ist.